Was genau machen Sie beruflich? Ich bin John Dillinger, ich raube Banken aus. Beste einem Mädchen zu sagen, dass Sie mich kennen, ist ziemlich gefährlich. Ich mag Baseball, Filme, gute Anzüge, schnelle Autos und dich. Was willst du noch wissen? Heute rufe ich im Namen der Vereinigten Staaten von Amerika den ersten Krieg gegen das Verbrechen auf. Ihre Aufgabe wird sein, John Dillinger zu fassen. Sind Sie dem gewachsenen Agent Purvis? Absolut, Sir. Wir haben es mit abgebrühten Mördern zu tun. Das Spiel, Herr Direktor, heißt Dreh das Rädchen. Ist das Ihr Geld, Mister? Ja. Wir wollen das Geld der Bank, nicht Ihrs. Stecken Sie sein. Das ganze Land denkt, du wärst ein verdammter Held. Banken auszurauben wird schwieriger. Wir haben heute viel zu viel Spaß. Da denken wir nicht an morgen. Tja, sollten Sie aber. Johnny! Ziehen Sie sich was an, Miss. Sie liefern dich aus. Wohin? Indiana. Warum? An Indiana interessiert mich absolut gar nichts. Johnny, wie lange brauchen Sie, um eine Bank auszurauben? Ungefähr eine Minute, 40 Sekunden. Nöchtern. Na ja, er ist der Mann, der Pretty Boy Floyd umgelegt hat. Die einzige Gelegenheit, die Gefängniszelle zu verlassen, ist, wenn wir dich rausholen, um dich hinzurichten. Tja, das wollen wir mal sehen. John Dillinger hat uns eine zweite Chance gegeben, John Dillinger zu fassen. Er könnte überall sein. Wohin gehen Sie? Wohin ich will. Wir sind zu gut für die. Die sind nicht hart, nicht schlau und nicht schnell genug. Ich kann jede Bank zu jeder Zeit knacken. Sie müssten zu jeder Zeit in jeder Bank sein. Was wäre, wenn wir hier alle zusammen raus könnten? Willst du mit mir auf diese Reise gehen? Ja, ich gehe mit dir auf diese Reise. In Torn der. Wie viele Jahre hin, ich gehe mit ihr in sprawdzeln.